Oh Gott, ist der süß? Ja! Der nicht, der ist groß. Ey, das ist voll echt nur einfach. Also ich bin gleich bei der... Nein, nicht der Mann. Nein, nur einen. Oh Mann. Grinding. So, einen. Jetzt. Sehr schön. Das kann sein, dass ich doch alle erwischen muss. Ich weiß es echt nicht. Das wäre pervers viel. Hast du den jetzt reingeschmissen oder daneben geschmissen? Ich habe es schon erwischt. Ich muss am besten alle voll... ...pupen. Wenn ich das ganze... Wenn ich das ganze Pup sehe, muss ich selber pupen. Ich habe es gemerkt schon. Du musst jetzt die ganze Zeit schon blähen. Sei froh, dass die nicht riechen. Wie im Netto vorhin. Mitten an der Kasse fängt mir das frutzen an. Das war ein ganz kleiner Leise. Ich musste echt nochmal erklären, wie man verliefst die Furz. Echt. Ich musste mir mal beibringen. Was war das mit dem Initialfurz? Oh, okay. Das war es schon. Oh, nee. Doch nicht. Ja. Ein paar noch. Dann fällt es ein, ey. Oder fett. Aber ich glaube, so viele dürften es nicht mehr sein. Boah, da warst du ja ganz gaga. Scheiße, Mensch. Dieser dumme Depp. Der kann halt keine engen Kurven. Wenn du es geschafft hast, hast du dir eine Shisha verdient. Ja. Ich glaube, ich muss aber alle herbespielen. Habe ich fast das Gefühl. Ich weiß es nicht. Wenn er jetzt noch ein Seil reißt, dann nicht. Scheiße, ich muss echt alle herbespielen. Das mit den Leben. Ja. Ich bin mir nicht passiert jetzt. Ich muss schulden. Warte. Da nicht, da nicht, da nicht. Nee, das ist noch bis später anscheinend. Verdammt. Ich lege mal kurz den Shisha-Schlauch dahin und hole mir eine Coke. Pass auf, mir ist es mir gefällt. Der Schlauch? Ja. Ja, ich hole mir nur eine Coke. Okay. Das schaffe ich hoffentlich noch. Ich glaube, drei Schau-Ladenstücke habe ich noch. Ich muss echt dringend das Joy-Pot noch ein bisschen lustieren. Das ist viel zu sensibel, wie man, denke ich, mal sieht. Ich denke mal, da musst du noch zwei erwischen. Du hast jetzt zwei neigeschmissen. Fühlst du noch eine sein oder zwei? Ja, eine oder zwei noch. Okay. Okay. Boah, nein, Hilfe. Das sind ein paar Biele. Eie, Hähnchen. Ach, ich meine Mutti hier. Boah, das war jetzt knapp. Daniel, du musst den Zuschauern jetzt nicht beweisen, wie du fliegen kannst. Boah, Lech, Daniel. Wow. Soll eine Fledermaus im nächsten Leben werden? Nein, im nächsten Leben werde ich wahrscheinlich sonst so eine Küchen-Massel oder irgendwie sowas. Du wirst eine Katze. Nein. Oh mein Gott. Pff, ich nie noch brechen vorher. Yeah. Schlag. Genau wegen sowas. Oh, das ist doch schwer zu fliegen mit denen. Boah, das ist der fett. Fällt der ja auch bis runter. Einen noch. Ich glaube, das ist da hinten eine so gute Quelle. Ja. Drei Stück sind jetzt noch da, oder? Ja, ich glaube, ich sage den einen noch und dann. Wenn die halt sich nicht so sammeln würden. Sammeln. Gar nicht mal blöd, die Tüche. Tü, Tü. Tü, Tü. Tü, 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 Tü. Harry, Harry, Harry. Tü, 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 Tü. Hey, mein altes Herz. Oh nein, nein. Da ist noch einer. Ist da nicht irgendwo einer Einzelne oder so? Meine Fresse. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Leg doch mal den Turbo an. Nitro-Einstritzung, Mensch. Ich hoffe, das war jetzt der letzte. Ich habe schon, dass es Frauen fällt dir das auf. Ja, ja. Ey, bitte, lass es den letzten Gäsen sagen. Ja, bitte. Sechs Stück reiten, nur für den fetten Sack. Ja. Ja, du ja. Die Fischer. Wipes. Die Fischer liegt da. Ja. Das muss ja so kommen. Ah, mehr Zombies. Zeit für den Double Barrel-Boy. Hoffentlich für das letzte Mal. Äh, Double Barrel ist das Ding nicht. Was zum Teufel? Ja. Du hast ja nur noch eine Schokolade. Ich weiß. Drecksal. So. Head off. Ich muss das Scheiß nicht echt lustieren, verdammt. Dafür schlägst du dich aber trotzdem ganz gut. Ja, ich glaube, mit der Tastatur wäre es... Nee, ich weiß nicht. Beim Schießen ist mit der Tastatur immer so eine Sache gewesen. Genau, ich muss jetzt zum Ausgang und da den Schlüssel, glaube ich, erstmal finden dafür. Ja. Ich höre einen Song... Och Gotti! Geht nicht. Hm. Ich glaube, das Fischer überspringt mich auch gar nicht. Und doch, dann bin ich tot. Ich glaube, ich war nochmal rum, bis ich einen Zombie sehe. Ich glaube da unten laufen ein paar um. Zwei! Nicht runterfallen. Was hast du gerade gesagt? Ja, aber ich glaube, dann machen wir einfach das nächste Mal weiter. Ja, wir haben gute vier Parts. Ja, vier Parts sowas. Passt. So. Ja, natürlich noch. Meine Haupthalle, wo die ganzen Zombies sind. Ja. Oh, ein Leben hast du noch. Also, Leute. Also, dann tschüss, Vibes. Tschüss, Vibes. Tschüssi. Tschüssi.